Ladies and Gentlemen hallo und herzlich Willkommen zurück zu Trials Illusion Was ist hier schon los hier? Holy shit Alter war grad noch am Handy hier Ihr seht die Spacken ja da unten Was waren das für Leute? Was war's? Wie fahr ich nun mal neu los? Äh Kreis Kreis? Alter wieso sterb ich immer? So lange her Wieso sterb ich immer? Oh! Nein! Ich hab Kreis ge... Wieso fahr ich automatisch? Ich hab mich verdrückt! Ich wollte abspringen und hab mich zurückgesetzt! Ich hätte King Peter gewonnen! Oh shit Moment mal wieso fahr ich denn immer automatisch? Ich weiß es nicht Christian Du fahrst automatisch? Nein! Was sind das für ne crazy Karte? Alles cool Ok service Der gerät sehr schnell irgendwie als ich... also schnell als ich in Erinnerung hatte in Rückenlage Ja hab ich bei mir nämlich auch... Ja aber dafür wird der Gerät nie müde Stop! Ok 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 So ne Scheiße ey Erstmal J abgezogen die Sau Ne ich überleg gerade... was war denn nochmal die Abspringtaste? Weiß ich nicht... Los? Was ist das denn? Limbo! Wie geil ist das denn? Nein! Das ist ja mega lustig Alter ich krieg den auch kaum kontrolliert die Wurst Scheiße Nein! Wahr doch! Oh oh das sieht nicht gut aus für mich Nein! Oh ihr zieht mich gerade ab ne? Ihr Schweine Alter das ist mega nice Die Limbo Map Das ist echt mega nice Ich find die auch ziemlich cool Oh ist das weit Nein! Nein! Oh doch! Hä? Oh ich bin nur drin Hä? Ok die Limbo sind... Ah lol! Oh Kreissägel Kopf ab! Hä? Wer ist da vorne? Ja! Nein! Da ist einer vorne! Ich seh den Geist doch! Christian ist vorne Eier! Eier! Nein! Ihr Schweine! Huuu! Du bist erster! Yes! Ha! Ok mit ganz vielen Crashers ins Ziel oder was? Ja! Zweiter! Fuck! Oh man wie so wir sind schon wieder letzter! Peter und Sepp kloppen sich gerade diesen ganzen nah beieinander Absprung! Bringt nichts! Scheiße! Man kommt da immer nicht hoch Was ist denn das? Peter ey! Scheiße! Echt mal Peter was ist das denn? Was soll der Scheiß denn? Oh nee! Jetzt kriegen wir nur dritter! Krass ich bin richtig gut in dem Spiel Läuft hier! Zwei Punkte! Die große Frage! Ich hab irgendwie total gar keine Wendigkeit Ich hab das gleiche Problem wie Christian Da hat das Ding irgendwie total scheiße reagiert Was hast du denn für ein Moppet genommen? Christian ist erster geworden Ich hab das geilste genommen Aber mein Controller Wow welches ist das denn? Das Erste Das was aussieht wie auch das Rote Ich hab das Lib Prime genommen Das Rote Genau das was aussieht wie Optimus Prime Alter Das kann nicht sein Aber das wär ja Rot blau oder nicht? toim Oho bois D havej aber die Gesichtsbremse gemacht H Silke H oh 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 H O 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 Perer, Perer was ist da los? Holy Shit war das gerade knapp alter Ok ich führe gerade Absprung! Yes! Wie geht denn der Absprung? Wie geht denn der Absprung? Absprung! ...nohh! Nein ich bin ihn nicht. Ich bin wieder auf dem Ziel in Gegen 그림. Was ist denn die Taste an den Absprungen? Nein! Aprestha ist jetzt etwas echt geworden. Ah nein Christian ist doch fröhlich geworden. B. Laber doch nicht! Äh, X. Wirklich? Abspringen. Abspringen. Abspringen, du sprichst halt von deinem Moped ab. Wenn du ins Ziel springst, kannst du so halt noch jemanden auf der letzten... Oh, extrem. Ja, aber ich bin auch gesprungen. Jetzt kann ich das üben. Ja, ich kann das aber nicht. Oh, Scheiße. Der ist ja kacke. Alles klar. Ja, genau. Oh, Leute, du bist schon wieder rüber. Ja, natürlich. Yes! Wie, wer ist denn schon zu weit? Ja, aber du kannst ja nur ins Ziel abspringen, du Knallkorb. Du kannst ja nicht mitten auf der... Springt der gerade ab, oder was? Ja, Jay springt gerade ab. Alter, wie komm ich denn da hoch? Boah, ich hab's geschafft. Ich komm da nicht hoch. Ich komm da nicht hoch. Kann einer mal mir so ein Pro-Tipp geben, wie man da hochkommt? Ich komm da nicht hoch. Ey, Sepp, du musst halt über Nacht machen, wie in einer Adventure-Map. Achso. Äh, Daily Shit. Oh, ist Christian auch noch vor mir? Ja, doch nicht. Fuck, ich war oben! Das gibt keine Punkte. Komm schon! Boah, Alter! Komm da hoch! Steine dich da ran, du Scheiß-Scheiß-Kiste! Nein! Alter, das ist hier aber wirklich extrem. Ey, leck mich am Arsch! Oh, ich bin oben! Ja! Oh, Christian, hast du auch geschafft? Oh nein, jetzt ist der nächste... Ja, ist klein! Nein! Ich komm da nicht hin. Boah! Ah, ich auch! Wow, ich häng da drum. Wow! Ey, da kommt so ein Bullshit noch! Das könnt ihr euch nicht vorstellen! Oh nein! Scheiße! Wie geht das denn? Wow, jetzt häng ich dir fest. Jay, wie kommt man da da hoch? Ach, fick dich doch, du Scheiß-Fick-Fie, ey! Komm schon! Nee! Was soll ich denn da hoch? Was soll ich das wissen? Ah, jetzt habe ich es geschafft. Okay. Echt? Ja! Ich bin da oben gecrashed, Bullshit-Miralsch! Alter, du kleiner Hurensohn! Jetzt... Boah, Alter! Konnte man nicht irgendwie noch springen? Nein! Ja, mit Y! Mit Kreis! Komm schon! Nein! Ja, ich habe es geschafft! Was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Wie kann man denn da sch... Wie kann man denn springen? Gar nicht! Doch man konnte doch früher immer springen! Nein! Doch, Peter! Früher ging das! Peter, don't deny it! Wie hast du das gemacht? Hä? Ey, wer ist denn da eigentlich noch am Start? Hä? Hä? Ernsthaft? Hallo, Sepp! Ne, Sepp nicht! Ich kämpfe mit Sepp! Johnny ist noch am Start! Das stimmt überhaupt nicht! Bei mir ist gar keiner am Start! Ich bin gerade vierter! Dritter! Oh, ich habe es geschafft! Wie geht denn das? Jetzt muss ich mir nur noch sagen, wie das hier funktioniert! Ne, bei mir ist Sepp erster, Peter zweiter, ich bin dritter und Johnny ist vierter! Du bist vierter, aber nicht! Sepp ist voll gut, Alter! Oh nein! Hahaha! Wie geht das? Was? Ja! Seppi! Hahaha! Aber der nächste ist auch richtig spannend! Wie kommt man da hoch? Sepp ohne Spaß! Fuck! Okay, das war aber echt lucky, glaube ich! Der nächste ist aber auch wieder kernbehindert! Sepp ohne Spaß, Alter! Wer hat diese Map ausgewählt? Kinder! Zufallsprinzip! Hä? Mein Ding bewegt sich! Mein Kontroller ist ausgegangen! Hahaha! So nicht, Kollege! Oh nein! Fuck! Du Spasti! Hey, Peter, wir sind ganz schön alleine hier! Wie kommt man denn über den zweiten Sprung, verdammt! Das ist viel zu kurz! Try and Error! Mehr habe ich auch nicht gemacht! Das ist auch echt behindert! Boah, der nächste ist noch behinderter, Peter! Ich komme da nicht hoch! Da musst du wieder so eine Wand hochfahren! Ich weiß nicht, wie das gehen soll! Ich habe das beim dritten Mal geschafft, Peter! Das schaffst du! Ich bin zu dämlich dafür! Jay ist jetzt mittlerweile auch hier! Weißt du? Ja! Jay hat es auch gemacht! Wie denn?! Ja, Peter! Wer ist hier der Playmobil-Spieler, hä? Oh, Alter! Wie kommt man denn da vorne hoch? Werden wir uns fragen, wie viel Wiederholung ihr habt? 85! Und 93! 84! Ich bin jetzt bei 63! Oh, da gittert ja noch, Christian! Aber hier vorne, das ist viel zu geduldig! Ich check das hier nicht! Peter, bist du Noob? Ja! Nein! Nein! Ich war fast drauf! Nein! Ja! Mann! Mann! Ich war fast drüben! Lappen! Oh, Peter hat es geschafft! Nein, er hat es direkt geschafft! Peter hat es direkt geschafft! Als ob, Mann! Peter, du kleiner Cheater, ey! Könnt du mal das Rennen beenden da vorne? Ich komm hier nicht rum! Echt, Peter? Kannst du mal endlich beenden? Vor allem glitschig da rein! Das gibt's doch gar nicht! Bei mir tut schon jetzt der Daumen weh, ne? Ja, ohne Witz, wir auch! Was? Eier ist los, der Finger! Ich raste hier gerade aus! Kannst du? Kannst du? Kannst du? Kannst du? Weil, ich weiß! Nein! Ja, jetzt weiß ich, warum ich auch nicht mehr so viel, immer so viel... Weil jetzt will ich nur so... Jaaaaaaahhhh! Ich hatte doch noch zu Peter's, Mann! Danke, Peter! Ja, jetzt wollt ich schon gleich, immer weiterzufeiern. Also, ich dachte, ich habe das in 20 Sekunden schaffe. Nee, in 12 Sekunden komme ich doch auch nicht mehr weit. Ja, ohne Witz! Das gibt nur noch Minuspunkte! Bei 120 Versuchen! Was für eine Stresssituation! Boah, das war... Boah! Boah, dann war ich einmal vorne, ne? Ja, aber so ein bisschen... Ich hab mich extra nach vorne gesetzt! Auf der mittleren Plattformen, wie ich vor Sepp bin! Ich dachte, ich dachte... Aber ich hab eh nur elf. Macht's auch in dem Braten nicht mehr fett, ey. Holy shit, Alter. Das Extreme ist aber auch wirklich extrem, Junge. Legg mich am Arsch. Peter Moppa hat mich fertig gemacht, das Spiel jetzt, das Level. Boah, das ist so der Knaller. Das war echt krass. Oh, das Level ruckelt bei mir. Echt? Oh ne, jetzt nicht mehr. Echt? In den krassen Grafik-Animationen. Ich lieb dann in deinem USB-Slot. Ja, echt mal, Peter, ich weiß doch, Bob. Das liegt daran, dass wir zwei Grafikkarten haben und das stand auch da, als wir das Spiel gestaltet sind. Ja, das stimmt, das stand da auch. Am Anfang. Ach komm, warum crash der denn da immer? Wer ist denn da schon wieder so weit vorne, welcher Spasti? Du! Laber! Oh, Leute, tatsächlich. Nein, Peter! Ja, geschafft! Ja, geschafft! Wo kommt die denn her? Oh, die Kugel? Oh, die Kugel ist aber echt böse. Ja, geschafft! Legg mich doch am Arsch! Uiuiui! Die Kugel ist wirklich böse! J hat das gleich schon gemacht! Ey, so eine Scheiße! Kann denn Johnny plötzlich erster sein? Der war mit mir gerade letzter! Ja, Jay ist die ganze Zeit vorne, also bei mir ist Jay die ganze Zeit vorne gewesen. Ich glaube, ich schaff das Level auch nicht mehr, oder? Vorbei, vielleicht? Nee! Nee! Fuck! Ja! Doch, ich hab doch geschlafft! Oh, Alter, das war knapp! Nee, hast du nicht! Dit not finished, Sepp! Was? Bei mir steht doch an Abge... Oh, das sind schöne 10 Punkte! Oh! Oh, echt, ey! Okay! Anfänger? Okay, da kann der Peter auch nicht viel Großpunkte sammeln! Ja, super, das schaff ich nicht! Ja, du hast ja gerade auch ein Mittelbuch gesammelt! Scheiße, ey! Okay, okay, okay! Peter, je schwerer, desto besser! Ja, auf jeden Fall! Dann hat Peter auf jeden Fall die größte Chance! Also bei Extrem hab ich... Conny nicht! Oh, mein Gott! Das ist Sumaha Beach! Oh, Mann! Was da Leute sich überlegen alles, ey! Das ist ja shit, ne? Oh! Oh nein! Scheiße! Fehler gemacht! Nein! Yes! Scheiße! 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 Christian zieht mich gerade ab! Mama! Das hat er nicht, Peter! Nein! Ach so, war das Ziel! Okay, Ziel! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Der hat mich überholt! Ich kam gerade den Hang nicht hoch! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh, dich mal kurz vor dem Ziehen! Ich hätte doch springen können, ey! Ja, dritter Platz ist in Ordnung! Ja, jetzt auch! Punkte sind Punkte, da sind zwei Punkte weniger! Ah, ich hab nur 21 Punkte! Das ist okay! Letztes Rennen jetzt, oder? Weiß ich gar nicht! Ich kann nur noch mehr verlieren! Sanfte Sprünge! Ich freu mich! Ich freu mir! What shit! Einfach! Wow! Springo! Eins ist so gar nicht mein Level, ey! Ah! Wer kriegt denn da gerade so einen krassen Speed? Welcher Penner? Läu, Peter! Das hast du besser genommen! Oh, das nehme ich aber nicht gut hier! Nein! Ich auch nicht! Bin gecrashed! Nein! Oh! Das nehme ich auch nicht gut! Hui! Uh! 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 Ihr müsst es jetzt beide nur schaffen. Kommt schon, Leute. Nein, ich hab's nicht geschafft. Nein, das könnt ihr mir nicht antun. Doch, ich hab's geschafft. Ja, ich kann mal nicht ins Ziel. Doch, kommst du doch. Johnny steht bei mir wie immer noch am Start. Boah, ich hab gerade auf die letzte Sekunde neuen Ziel gekommen. Scheiße, nein. Ja. Gewonnen. Verdient, Peter. Und damit vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das ist ein Spiel. Lasst es uns wissen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.